Hallo, du interessierst dich für aktuelle und praxisrelevante Themen und Trends rund um den Bereich Softwareentwicklung? Dann bist du beim Novatec Summit richtig. Der Novatec Summit ist unsere jährliche Hauskonferenz, die dieses Jahr pandemiebedingt noch mal remote stattfindet. Warum lohnt es sich für dich teilzunehmen? Zum einen ist es sicherlich unser herausragendes Programm. Wir haben über 20 Sessions rund um alle Themen, die die Novatec so anbietet, von Programmiersprachen und Frameworks über IoT, Security bis hin zu, wie gestalte ich ein Review oder ein Refinement richtig. Der zweite Punkt ist, ihr lernt die Novatec ein bisschen kennen. Wie funktionieren wir, wie arbeiten wir zusammen und du erfährst bestimmt das ein oder andere über einen Speaker oder eine Speakerin, was du bisher noch nicht wusstest. Und der dritte Punkt, vielleicht nicht der wichtigste, aber trotzdem sei es erwähnt, das Ganze ist kostenlos für dich. Also schau doch einfach mal auf unsere Landingpage, da sind die ersten Sessions schon geteasert und wir werden sukzessive in den nächsten Wochen weitere ergänzen. Und melde dich doch einfach an, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, dich am 19. November beim Novatec Summit begrüßen zu dürfen. Bis dann!